Willkommen bei GymCell. In diesem Video möchten wir dir zeigen, wie es funktioniert. Schritt 1. Besuche unsere Website gymcell.de und melde dich an. Wenn du noch keinen Account hast, dann registriere dich bitte. Schritt 2. Wähle das passende Studio in deiner Nähe und suche eine Zeit aus, zu der du gerne trainieren möchtest. Ist diese frei, dann kannst du sie buchen. Nach der erfolgreichen Buchung bekommst du einen Code, mit dem du die Tür zu deiner Trainingszeit öffnen kannst. Schritt 3. Trainieren. Hierzu öffnest du die Tür mit dem Code und begibst dich in das Studio. Nun hast du 60 Minuten Zeit für dein Training. Du kannst bis zu zwei Freunde kostenlos mitnehmen. Wenn du nicht genau weißt, dass du trainieren solltest oder Hilfe mit den Geräten brauchst, dann buche bitte eine Stunde mit unserem Trainer. Außerdem bieten wir das Training mit dem Vaha-Spiegel an, wo du sowohl Aufzeichnungen als auch Live-Trainings machen kannst. Als dritte Möglichkeit haben wir eine Kooperation mit Lanista. Hier kannst du dir schon von zu Hause aus Trainingspläne herunterladen oder auch vor Ort mit Hilfe der Codes einzelne Übungen an den Geräten scannen. Viel Spaß beim Training mit GymCell. Bis zum nächsten Mal.